Ich bin im Seeland aufgewachsen. Nach einer Werkzeugmacherlehre wollte ich die Welt sehen und bin auf Reisen. Als ich zurückkam, habe ich als technischer Kaufmann in der Maschinenindustrie und als Produktmanager auf Banken gearbeitet. Nach einem Schicksalsschlag bin ich in die Region gezogen und wohne seit 14 Jahren in die Grenze selber. Und hier, im schönsten Bad der Schweiz, mitten in einem schönen Naturpark, habe ich mein Glück und meine Passion gefunden. Hier arbeite ich schon seit 14 Jahren. Zuerst als Chefbadmeister und seit 2015 als operativen Leitenschunde, wo ich alle meine Talente voll ausschöpfen kann. Ich kann machen, kämen, organisieren, kontakten und führen. Einfach total kreativ wirken. Die Grenze bietet mir alles, was ich brauche. Der schönste Arbeitsplatz auf Erden, eine einmalige Wohngegend und ein wunderbares Nachholungsgebiet. Wenn die Grenze nicht wirken, müssen wir sie finden. Ich bin Paul Markus Jost, ich bin Grenke.